Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Company-Update von Sibania Stillwater hier bei Rohstoff TV. Im Einklang mit der unternehmenseigenen Strategie, ein operatives Portfolio von grünen Metallen und verwandten Technologien aufzubauen, ist Sibania Stillwater ein weiterer bedeutender Schritt gelungen. Mit dem jeweils 100%igen Erwerb der Santa Rita Nickel Mine als auch der Serote Kupfermine für einen Barbetrag von insgesamt einer Milliarde US-Dollar und eine 5%ige Netto-Schmelz-Gewinnbeteiligung an der potenziell künftigen Untertageproduktion von Santa Rita erweitert Sibania das Portfolio von grünen Metallen um zwei kostengünstige produzierende Anlagen. Beide Anlagen wurden bereits erheblich vorkapitalisiert, sodass sich die Transaktion sofort positiv auf den Cashflow und die Erträge auswirken wird. Santa Rita ist eine der größten Nickel-Cobalt-Sulfid-Tagebauminen der Welt im brasilianischen Bundesland Bachea und umfasst ein Untertageprojekt im Stadium der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung. Die Mine produziert ein Sulfid-Konzentrat, das sich für die nachgelagerte Verarbeitung zur Herstellung von Batterievorprodukten eignet und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, die das Ergebnis erheblicher historischer Investitionen ist. Cerote ist ein produzierende Kupfertagebaumine im brasilianischen Bundesstaat Alagoas, die sich derzeit in der Anlaufphase befindet und mit einem Kostenaufwand von 195 Millionen US-Dollar erschlossen wurde. Ebenfalls positiv waren die Geschäftszahlen für das am 30. September 2021 Ende dritte Quartal. Die südafrikanischen PGM-Betriebe lieferten im dritten Quartal 2021 erneut hervorragende Ergebnisse, wobei die 4-E-PGM-Produktion um 20% stieg und die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zum Vorjahr um 4% sanken. Die geförderte 2-E-PGM-Produktion der US-PGM-Betriebe waren geringfügig niedriger als im Vergleichszeitung 2020, wobei die AISC um 11% höher waren. Das Kostenmanagement ist eine Priorität für das Management der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um die inflationären Kostendruck entgegenzuwirken. Und die Senkung der AISC um 6% im dritten Quartal 2021 gegenüber dem zweiten Quartal 2020 ist bereits positiv zu bewerten. Die Produktion der südafrikanischen Goldbetriebe war 2% höher als im dritten Quartal 2020, was die Normalisierung des Betriebs nach den Covid-19-Störungen im Jahr 2020 widerspiegelt, wobei die abgebauten Gehalte auf das geplante Niveau zurückkehrten. In Übereinstimmung mit dem Kapitalallokationsrahmen der Gruppe und den robusten operativen und finanziellen Aussichten wurden zusätzlich beschlossen, die Unternehmensanleihen vom Juni 2022 in Höhe von 353 Millionen US-Dollar vorzeitig zurückzuzahlen. Dadurch konnten die künftigen Finanzierungskosten gesenkt und die Flexibilität der Bilanz weiter erhöht werden. Last but not least schloss die Bunye Stillwater noch seine strategische Investition in Iron Air Limited in Höhe von 70 Millionen US-Dollar erfolgreich ab. Somit tritt man jetzt nun als Joint-Venture-Partner auf, um das Lithium-Bohrprojekt Riolid Ridge zu einem führenden US-Lithium-Betrieb zu entwickeln. Fantastische Neuigkeiten der letzten Wochen lassen weiter Großes erhoffen und wir sind gespannt, wie die Integration gelingen wird. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder können Teil des SRC Mining Special Situation Certificates sein oder werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.